Moin Frauen und Willkommen zurück zu Far Cry mit Bolias. Hallöchen. Ja, moin sie zusammen. Ja, wir sind geile Racer und Bolias wollte gerade sein Derby-Lied singen für uns. Derby, Derby ist so geil. Steig ein. Komm rein. Alter. Ey, das ist aber auch so zum Mitdancen an dem Moment, ne? Das ist schon... Auf jedes... Coole Sache. Coole Sache. Fahrer zur Arena. Das Beifahrer ist schon markiert. Äh, ja. 160 Meter, das ist ja nichts, Alter. Das ist ja... Du verlässt das Missions-Serie. Dumm? Ja, wer weiß, was sie meinen. Fahr einfach weiter, was soll passieren? Was soll passieren? Na, 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 na. I don't know, where my soul is. So. I don't know, where my hun is. Na, 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 na. Ach so. Wir hätten auch andersrum fangen können. Ach so. Naja, gut. So, wir sind da. Bist du bereit? Ja. Überrand. Oder knietief in der Scheiße steckst. Kannst du mich lachen hören? Hahaha. Aber du machst das bestimmt gut. Sehr gut eingeparkt, Alter. Das Handling ist nicht so... Prickel, das Handling. Das Handling. Ja, das Handling. Georg Friedrich, Handling, Alter. Kann mich nicht rauslehnen. Hahaha. Die Kack. Ja, der Champion Hour. Ist das die Startlinie? Okay, ich kann auch nicht weiterfangen. Okay, let's fucking go, boy. Fahr rüber die Dinger mit den... Aua, die schießen. Ich soll über die Kisten mit pinken Farben fahren. Ich leg einfach ein bisschen Dynamit hier on the street, Allah. Da ist noch was. Treffe mich aber ganz gut, Alter. Ja, das glaube ich. Ich weiß auch noch nicht... Da ist eine abgestiegen, die Sau. Die Drecksau, Junge. Kann ich gar nicht schießen, oder was? Doch. Reiß es nicht. Könnte ich. Treffe nur keinen. Ach so. Die Geschichte. Eliminiere die Gegner. Ich weiß nicht, ob wir nicht einfach aussteigen sollten und die alle natzen. Oh, überfährst du hier, oder? Krieg die und ich kann hier diese Kisten anzünden, oder so. Nee, die Kisten... Und wir sind gerne jetzt überholt. Guck mal vor uns jetzt. Ah, okay. Fick dich, Junge. Boah, ich bin so schlecht mit Elim in Bewegung, aber es ist alles sehr traurig. Ach. Fuck, 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 fuck. Oh. Wie er sagt sie, ja. Oh, Junge. Nein, die Kiste habe ich nicht gekriegt, oder? Ich weiß, sie meinen auch nur, pinke Kisten ist nur monatisch. Emissionen. Uff, das ist auch schön. Ich glaube, ich bleibe bei meinem Dynamite-Werfel. Ich glaube, es macht mehr Sinn. So. Ah, es ist irgendwas. Sag, wunder. Komm, ja, das andere, das habe ich dabei. Da waren ja irgendwelche Explosionen. Oh, der fährt einfach an Ressk, Alter. Vielleicht sollten wir das dann auch machen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mit... Ja, keine Ahnung. Oh, treffe einfach gar nichts. Wenn es scheißegal ist, in welche Richtung ich fahre, dann stimmt das auch. Ey, ich habe einen, ey. Jawoll. Bestes Leben, Alter. Ja, die Kisten bringen nur Muni, auf jeden Fall. Okay, gut. Dann kann ich ja ausschießen, Moment. Ja, kannst du. Ich weiß nicht, ob wir diesen Trecker auch haben sollten. Er ist über uns. Er ist über uns? Was? Oh, fuck. Fuck, fuck. Ah, Mann. Es ist einfach nicht möglich, in diesem Oval, wo sich ständig die Richtung ändert, was zu treffen. Ich muss erst mal einen Midi-Pack nehmen, Alter. Ey, der trifft mich perfekt, Alter. Ja, sehr gut. Sehr gut. Jetzt natürlich, wo ich nachlade, Alter, in der einzige Sekunde. Aber ich habe mir getroffen. Immerhin. Ist das echt nichts. Ich muss jetzt erst mal mumpeln. Ah, shit, Alter. Junge, wie viel haben wir, wie viel müssen wir denn noch überhaupt? Einige, auf jeden Fall. Nehmt Dynamit, ihr Penner. Treff einfach nichts. Es ist nicht möglich. Ich weiß nicht, ob wir aussteigen sollten oder so. Ich weiß, oh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Bleib mal ganz kurz stehen, ich teste das mal. Da ist ein scheiß LKW hier drin. Da ist auch einer oben drauf, tatsächlich. Okay, die Mission geht weiter, auch wenn wir aussteigen. Ist schon mal gut to know. Okay, dann muss ich aussteigen. So, ja, jetzt kriege ich hier auch mal die Leute. Zack. Auf die was? Oh nein. Uff. Erste Hilfe nehmen, erste Hilfe nehmen, erste Hilfe nehmen. Lade nicht so lange nach. Ja, oder fuck? Ich stehe auf ihrem Dach. Oder sind sie tot? Oh, wir sind tot. Uff. So, wo sind die Wichser jetzt? Da kommen sie doch. Sauber. Pass auf, wegen unserer Karre, Alter. Oh, 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 oh. Da, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh, oh, shit. Gut. Oh, oh, come on. Erste Hilfe. Wusch. Okay. Junge. War das unsere Karre? Ich weiß es nicht. Nee, noch nicht, aber... Gleich, gleich. Gleich ist es unsere Karre. Weiß nicht, ob das so gut war. Äh. Das war eine andere Karre. Ja, na ja. Zählt noch? Okay, zählt noch. Sehr gut. Alter. Gut, ich glaube, das waren alle. Juhu. Alter. Ja, war nicht so einfach, ey, am Anfang. Ja, das AIM im Auto beim Fahren und alle fahren auch im Kreis und ständig wechseln, ist halt auch richtig beschissen. Ja, ich dachte, man muss auch wenigstens drinbleiben. Ja. Gewinner-Dinner. Wollen wir mit dem Auto fahren, dachte ich aber. Leg deine Waffe ab. Ja, jetzt. Hier brennt's, Alter. Ist das geil. Ja, wir können leider die Mission nicht abschließen. Wir können hier schon ein bisschen Kupfer. Können wir looten und so, ja. Und wir sorgen für ein paar Röstaromen. So. Ist ja ein tolles Leben hier. Sein mächtiger Körper hat das Feuer restlos gelöscht, Alter. Endlich wieder Waffen abgeben, Junge. Ist so lange her. Guck mal. Shit. Hey, yeah, Junge. Hey, Titten, hallo. Hey, hallo, hallo. 1,07. Junge. Bats. Hätten hat will ich denen immer gegeben, äh, gegeben. Und der Plan ist, du knallst sie alle ab, allesamt. Das ist die Strafe, dafür mich zu dissen. Nice. Kann ich das hier looten? Dissen, Alter. Hier gibt's auch, äh, Minipack und so noch. Das ist gut. Hey, das ist... Ah, das sind Klos, wie geil, Alter. Sehr gut. Sehr gut. Hängt hier ein Zettel? Hängt hier ein Zettel am Klo, Alter. Äh, ja, ja, Freiheit in allen Ehren, aber im Ernst. Nehmt halt eine Knarre mit aufs Klo. Man kann auch wohl kein Amt sein und gleichzeitig eine Knarre halten, ihr Kackbratzen. Werft halt die Waffe nicht in die Scheiße, sonst müsst ihr mit einer Scheißwaffe rumlaufen. Niemand mag Leute mit einer Scheißwaffe. Denkt doch mal nach, ihr Idioten. Sehr gut. Heißt das, hier ist eine Knarre irgendwo drin? Äh, ja, da sieht man die Kacke drin, Alter. Ich kann... Ich kann das nicht... Doch, jetzt. Oh, Mann. Schöne, schöne Würste, Alter. Machen wir das auch auf, hier. Ja, das geht nicht. Oh, toll, immer das, was ich aussuche. Kannst du dir die Kacke angucken? Ja, Mr. Hanky. Habe ich meine, Angel nicht dabei? Schön ein bisschen Kacke angeln. Sehr gut. Könnte hier auch noch ein bisschen rauswischen. Aber es ist weg. Wir können hier auch nicht boxen. Ne, wir sollten das, glaube ich, auch rechnen. Hier ist noch ein Zettel. Ja. Äh, Wippdinner. Du musst Schweine holen. Die großen, haarigen, fetten Schweine. Die immer rumrandalieren. Töte sie. Wir feiern ja keine Veganer-Party. Also bringt Schnaps und Protein auf den Tisch. Wenn die Zwillinge oder ihre Stellvertreter Gemüse auf dem Teller sehen, dann kann ich für nichts garantieren. Verstanden, Kackbratze? Vergiss das nicht. Die treffen sich einmal im Jahr und lassen es mächtig krachen. Und irgendwer geht immer drauf. Aber ich schwöre, Mann, ich werde es nicht sein, weil ich dafür nicht verantwortlich sein werde. Wenn da eine beschissene Karotte auf dem Teller liegt. Sehr gut. Sympathischer Haufen. Wir gehen rein. Oh, Leute. Rein. Das ist ja irre. Okay, okay. Die erledigen wir alle auf einmal. Bleib bloß ruhig. Mach keine Dummheiten. Okay. Ich halte jetzt die Klappe. Ich gebe dir Bescheid, wenn die Waffe an Ort und Stelle ist. Ich finde es. Derby-Gewinnerin. Bro fürs Bro. Oh. Ist unser Numero Uno Problemlöser. Oh. Er nimmt uns mit nach Norden und verabreicht uns irgendein... Was war das Obst? Eine heilige Frucht. Das Wunder von New East. Ah. Der Junge hier sagt, diese Frucht macht euch so stark, dass ihr es selbst nicht glaubt. Und wenn der Preis stimmt, wären wir bereit, sie zu teilen. Was redest du für eine Scheiße? Wir sind schon die Stärksten. Ganz genau. Es ist wahr. Ich habe es gesehen. Hört ihr euch überhaupt zu? Heilige Frucht? So eine gequirlte Scheiße. Werdet ihr als weichende Birne wie euer Papps? Oh oh. Oh oh. Das hast du nicht gesagt. Oh shit. So eine Mann. Why? Wir machen die gottverdammte Scheiße dem Erdboden gleich. Eine magische Frucht, die Kräfte verleiht? Schwachsinn. Hahaha. Ja. Die sind schon gegangen. Fuck. Das ist doch Scheiße. Na gut. Wenigstens können wir die anderen Arschbacken kalt machen. Die Knarre ist hinter dem Klo. Wow. Hast du gesehen? Da standen wirklich Karotten auf dem Tisch, Alter. Oh. Hast du das gesehen hast, Mann? Ja. Das ist das Zeichen, Junge. Nimm die Waffe. Jetzt in der letzten hier bestimmt. Jetzt kannst du es öffnen, ne? Oh, Junge. Schön neben der Wurst, Alter. Bitte, bitte greif rein und ich suche mir was anderes. Ja, ich habe nämlich keine. Ja, weil... Ja, geil. Jetzt gehen wir wieder rein, oder was? Kann ich wenigstens eine Flasche nehmen oder sowas? Ja, warte, dann geht ich dir. Ich kann die dir auch nicht geben. Scheiße. Ja, dann töte sie mal bitte alle. Ja, bestimmt. Weil ich hätte ja diese Edenskräfte nicht zu ballern können. Ich boxe sie weg. Oh, naja. Hallo. Oh, ich habe sie doch. Wutz. Wutz. Hallo. Jawohl, der rechte, Alter. RIP. Hallo. Oh, da ist noch einer. Shit. Oh, da kommt doch mal durch. Goelner. Ich muss nachladen. Zack, Junge. Man nennt ihn Mr. Header. Also so einen Slow-Mo treffe ich auch. Dann ist gut, das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, Junge, da sind auch andere Waffen, ne? Die hatten ja auch gut dabei. So, ich hatte, ich habe jetzt einen Sniper mitgenommen, oder? Nee, lieber Schrotflinte. Ich habe leider keine Ahnung, was ich habe. Ähm, MG. So. Ich habe es. Ich habe alles. Ich habe alles. Sniper, Umpgun. Gehst du hinten drauf? Ja, oh, hier ist, hier ist, hier ist unser Beutel. Oh, toll. Ich komme nicht ran. Ja, warte, ich knacke das Schloss noch gerade. So. Okay. Äh, kann meine Waffen nicht nehmen? Hast du deine Waffen jetzt? Glaube nicht, nein. Ja, dann flüchten wir mit denen, oder? Weiß es nicht. Junge, fickt euch. Würde die gerne noch zur Seite ballern, ja. Sind alle weg? Die stehen hier rechts. Zack. Okay. Partner wurde entdeckt. Let's go. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Im Kreis erstmal fahren. Da hatten wir nicht irgendwo eine Rampe hier? Junge, wie fährt denn das? Ja, aber von außen nach innen. Ach, scheiße. Da rechts ist das Ding gewesen, ja. Äh. Hier irgendwo? Da rechts, da vorne rechts müssen wir raus. Ohne rechts? Ah ja, da ist ein Symbol. Ah hier, da er dem Tor hier rechts war. Ah, Junge. Ich treffe echt nicht beim Fahren, Mann. Ja, no, es ist viel. Will das so sein? Oh, weiß es nicht. So. Junge, die Steuerung ist aber echt richtig mies bei der Karre. Was ist das denn? Jetzt sind die dauernd Platten. Vielleicht haben wir ja sowas. Vielleicht ist das wirklich so, ja. So. Verdammte Scheiße, die Zwillinge sind mit diesem Freak abgehauen. Die wollen zu New Eden. Jede Wette. Du musst sie erledigen, bevor sie rausfinden, dass ich dir geholfen habe. Ich muss mir ein Versteck suchen. Tschüss, ich ausgeslichen. Wieso laufen sie direkt vor das Auto? Ja, was ist denn, Alter? Das ist wie so ein Reh, die erstarren einfach. Im Steinbeck. Guck mal. Junge. Weg hier. Okay. So, das Ding ist, ich habe jetzt Teile meiner Waffen. Ich habe keine Waffe. Das ist nicht gut. Nee. Und so brauchen wir keine Mission starten mit irgendwelchen Billigwaffen. Das ist richtig. Wollen wir kurz nach Prosperity uns wieder anziehen? Und, äh, ja. Das ist ein Plan. Danach New Eden. Junge, wie dieser Sohn-Typ drauf ist, Alter. Was ist hier denn für ein Vollspaß? Wirklich. Das ist alles sehr, sehr traurig. Oh, oh. Hinter uns. Oh, Gott sei Dank. Nischt ist hier. Wir wollten gerade uns überfahren. Brrinn! Weg! So. Vercry, lade, bitch, romme. Yeah. Hör auf. Es gibt Berichte über einen Angriff der Zwillinge auf New Eden. Irgendein Verräter hat sie reingelassen. Es ist soweit, Cap. Zeit, die Zwillinge ein für allemal zu erledigen. Ja, mit Joseph, Alter. Ey, das müssen wir echt zum Schluss gegen Zwillinge, die die Frucht gefressen haben, kämpfen. Und ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich weiß nicht, ob das das Ende ist. Der will, ich weiß nicht, ich kann den Sohn irgendwie eigentlich auch nicht einschätzen. So, wenn er vielleicht nur seinen Daddy abkratzt, dass er da ordentlich alle beglücken kann, Allah, als neuer, als neuer Voll. Naja, er will ja auf jeden Fall herrschen. Er will ja die Macht haben. Ich habe die Macht, Allah. Herstellen. Vielleicht sind der Gitter auch die Zwillinge noch, oder so. Ja, eben, deswegen. Ich weiß nicht, ob er jetzt nur seinen Daddy abballern lassen will, und dann ist er happy of life, weißt du, ne? Könnte ich mir auch vorstellen. Könnte ich mir auch vorstellen. So, meine Angel habe ich. Gut, alles cool. Wie heißt nochmal diese Waffe? Eberhard. Ja, gut, okay. Mir fehlt ein bisschen noch was. Eberhard. Sechs Punkte. Schade. So. Acht. Vorteilspunkte. Ich habe zehn Stück. Ich könnte meine Waffen wieder verbessern. Mach das. Ich kleide mich derweil um. Also, was heißt verbessern? Ich hätte mehr... Zu euch dann. Finally, time to shine, Allah. Wo ist meine Jacke? Was hatte ich denn? Andi? Ich glaube ja. Nehmen wir mal mehr... Omega-Waffen-Munition mit. Ich bin bald wieder schön, Allah. Weiß ich, ist es soweit. Aua, Digga. So nachfüllen. Power-Cold. Spezial-Munition nachfüllen. Easy. Munitioner. Sehr gut. Das haben wir schon mal. Sehe ich wieder schön aus. Wie mache ich... Achso, äh... Auf Charakter, ne? Ja. Charakter. Munition. So, was hatte ich denn schönes... Herstellen. Yes. Äh... Nimm ein komplettes Outfit einfach, oder? Du. Wie dir das beliebt. Alter, hier wurde ja Holz gesägt, Junge. Wie soll ich schön säge, Jörg? Ah, ich war hier dieser Cowboy-Sheriff gedönst, ne? Ich will den Cowboy als Mann. Cowboy. Aber ich will cool sein. Ja, so. Ja, das wird leider nichts. Das ist der Coole von der Schule. So, der Coole von der neuen Schule, Alter. Ich an. DCV, DN, Hun. Bin getarnt. Hun, 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 Hun. Sag mal. Oh, oh, Junge, mit dem Käppi vor allem, Junge. Geil. Das ist aus wie auf Arbeit, Junge. Ein Träumchen. Guti, liebe Leute. Passt, ja. Wir reisen noch in Richtung New Eden, aber auch das würde ich gerne erst richtig anfangen, wenn wir, ähm, wenn wir im nächsten Part sind. Weil ich glaube, das passt gerade ganz gut. Sonst haben wir wieder drei Parts, die 5000 Minuten gehen aller. Weil wir locker gleich irgendwo mittendrin. Gar nicht mehr klarkommen. Ich meine, es passt ja auch. Bei dem Gefängnispart, das war ganz gut, da nicht mittendrin die Spannung zu cutten und so von dem Entdecken. Aber man muss es ja nicht unnötig provozieren. So, wir sind's. Guten Tag. Was war das? So, ich. Ach so. Weiß ich nicht. Ja, Angeln. Scheiße. Ich hab doch mal auch eine Angel rausgesucht. Ach so, hier. Hä, wieso treff ich keinen damit, aber? Oh. Hab ich dich getroffen? Weiß nicht. Ja, du bewegst dich auf jeden Fall. Peng, Alter. Peng. Ich glaub, ich hab was gefangen. Was? Wie geht denn das? Ja, wahrscheinlich hast du hier was gefangen, oder was? So, ich hol uns ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Kann ich auch eins herstellen, eigentlich? Ja, könnte ich auch. Könnte ich auch, aber. Aus den verfiedensten Materialien. Aber ich nehme meinen Bauplan, Buggy. Yeah. Okay. Ähm, haben wir nur Eden markiert? Noch nicht. Warte. Musst du es seilisch erstmal ein, äh... Ja, das ist wirklich... Das könnte ich auch nicht, glaube ich. Wir wollen mich direkt hier nicht brechen, aber... Jetzt. Oh. Was? 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 Ah! Ich seh die Markierung nicht. Ach, da hinten. Da muss einem ja auch das mal gesagt werden, so. Muss ja erstmal... Das ist gar nicht so einfach hier, wie das immer aussieht. Nee, 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 nee. Oh, hier geht's runter. Weiß noch nicht, ob das gut ist. Aua. Oh. Ja, wird schlecht. Hallo. Ich muss wieder ausleben. Da ist diese Reisekrankheit, Alter. Ist immer, wenn man ruhig auf der Autobahn fährt und so, dann... Kicken da irgendwelche, äh... Hirnhormone. Und... Hirnhormone, das ist gut, ja. Die sind völlig crazy, aber... Junge. Ich sterbe gleich, das ist nur nach halb... Am Leben, das ist auch so... Ja, guck mal, das weckt aber auch. Ich reparier das ja von ihnen auch wieder, siehst du das? Ja, das ist ja gut, das... Das ist ja... Deswegen fahr ich auch so, weil eine Hand immer schon am Reparieren ist, Junge. Am Reparieren meiner geschundenen Seele. Wie geschunden ist deine Seele? Wieso sind wir denn nicht näher herangeportet, mein Hübscher? Ja, um den Port künstlich zu stecken. Ach so, und die Geschichte. Oh, mir ist... Ein Fuchsmann. So. Außerdem, was du jetzt als näher herangeportet siehst, das ist diese Insel, Allah. Oh! Warum sind wir eigentlich nicht näher herangeportet, Allah? Ganz im Ernst. Ich habe genau in dem Moment auf meine Knarre gedrückt und schieße und auf alle explodiert einfach alles. Im Endeffekt war es also deine Knarre. Dankeschön. Es war wieder Fehlzündung, Equipment der Bundeswehr, Allah, wie geht's in den Hals. Aber, das ist richtig weit gekommen. Ja, wir haben ein Haar verfolgen wir gerade. Jetzt ist es weg. Freunde, dann würde ich sagen, wir sind jetzt nah an Yuiden dran. Wir sehen uns dann im nächsten Part und müssen dann quasi ohne Cut können wir gleich reinbrettern und angeln uns der Vibe aus wie die Mäuse an der Cut-Pause jetzt. Geil, Junge. Sexy, Line. Sie haben ihre Waffe rausgeholt. Echt? Warum nur? Zeig ihr deinen Angelwurm. Gut, Freunde, wiedersehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin noch rein. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. 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 Das war's für heute.